Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es gab jetzt hier schon länger kein Food Diary mehr, weder von mir noch von meinen Jungs und habe ich mir gedacht, ich zeige euch wenigstens mal, was ich an einem Tag esse. Und es ist aktuell nicht sehr viel, denn ich habe im Januar, Februar ein neues Experiment gestartet. Ich esse nur noch eine feste Mahlzeit am Tag. Ich habe dazu auch kein explizites Video gemacht. Ich habe das höchstens mal in einem Video erwähnt oder auch mal in den Kommentaren, dass ich eben nur noch eine feste Mahlzeit am Tag esse. Und es gibt viele Menschen, die meinen, dass das mit einer Rohkosternährung nicht möglich ist. Eine Rohkostmahlzeit am Tag würde uns nicht mit genügend Energie versorgen. Wie schon erwähnt, seit Januar, Februar führe ich dieses Experiment durch und ich muss sagen, es funktioniert und ich fühle mich auch richtig gut damit. Es gibt ab und zu Ausnahmen, dass ich noch eine kleinere Mahlzeit esse, aber das ist wirklich sehr selten. Zum Beispiel kann ich mich jetzt spontan erinnern, beim letzten Potluck im Mai hat eine ganz liebe Freundin Jackfrucht aus Vietnam dabei gehabt und Jamswurzeln, also rohe Jamswurzeln. Die waren sehr erfrischend, sehr köstlich. Und dann probiere ich einfach mal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendeine Mahlzeit verbiete. Wenn ich dann Lust habe, irgendwas zu probieren, dann probiere ich auch oder esse ich auch eine Kleinigkeit. Aber meistens reicht mir wirklich eine Mahlzeit am Tag. Ich möchte hier nochmal auf das Buch hinweisen Wir fressen uns zu Tode von Galina Schatalova. Das habe ich 2001, 2002 das erste Mal gelesen. Und das war schon eine sehr provokante These. Wir fressen uns zu Tode. Und in diesem Buch beschreibt Galina Schatalova unter anderem, dass wir Menschen uns einfach mit zu viel, also unseren Körper mit zu viel Nahrung überlasten. Wir könnten eigentlich viel älter werden und vor allem auch gesund älter werden. Und das fand ich damals schon sehr interessant. Aber ich habe damals noch drei bis fünf Mahlzeiten gegessen. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, nur eine Mahlzeit zu essen. Sie schreibt ja auch in ihrem Buch, dass für die Menschen 400 bis 500 Kalorien am Tag ausreichen würden. Ich zähle keine Kalorien, aber ich ernähre mich auf alle Fälle von Lebensmitteln, die mehr als 400 bis 500 Kalorien am Tag haben. Manchmal ist es vielleicht auch so an der Grenze, aber wie gesagt, ich zähle keine Kalorien. Ich achte wirklich auf mein Körpergefühl und was sich für mich gut anfühlt. Und diejenigen, die mich jetzt hier schon länger verfolgen oder auch schon mal viele Food Diaries gesehen haben, die wissen ja, dass ich mich eher energiearm, aber nährstoffreich ernähre. Also mir sind hochwertige Lebensmittel, die viele wertvolle Inhaltsstoffe enthalten. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, Chlorophyll. Auf die lege ich mehr meinen Fokus, weil ich einfach auch über die Jahre gemerkt habe, ich brauche gar nicht so viel Energie. Wenn ich nämlich mehr essen würde, mehr Nahrung, die ich eigentlich gar nicht brauche, dann würde ich das irgendwo im Körper einlagern. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich abgenommen habe. Also ich ernähre mich jetzt schon mehrere Monate lang nur von einer Mahlzeit am Tag. Ich habe nicht merklich abgenommen. Ich treibe ja auch regelmäßig Sport. Also ich jogge hin und wieder. Ich schwimme jetzt im Sommer auch. Ich fahre regelmäßig Fahrrad und ich führe auch regelmäßig Kräftigungsübungen durch. Also Liegestützen, Sit-Ups, Kniebeugen und verschiedene... Also ihr kennt vielleicht die Übung Plank. Das ist eine Körpergewichtsübung. Da gibt es auch verschiedene Varianten und ich liebe diese Übung einfach. Und ich habe mich in dieser Zeit, wo ich nur eine Mahlzeit, eine feste Mahlzeit am Tag esse, auch gesteigert in diesen Übungen. Dass ich zum Beispiel 120 Kniebeuge an einem Stück mache oder ohne Probleme 25 bis 30 Liegestütze oder diese Blank-Variation immer mehr gesteigert habe, dass ich mein Körpergewicht viel länger halten kann. Also das ist mir eindeutig aufgefallen, dass meine Leistungsfähigkeit, was für den sportlichen Bereich angeht, auf keinen Fall gesunken ist eher noch, dass ich das eher noch gesteigert habe. Ich muss aber zugeben, gerade weil ich diese 400, 500 Kalorien am Tag erwähnt habe, ich bin keine Frau, die schwer körperlich arbeitet. Ich arbeite ja online von zu Hause aus, sitze regelmäßig am Schreibtisch. Aber ich habe eben auch den Ausgleich. Ich bin viel mit meinen Kindern in der Natur. Ich fahre viel Fahrrad. Ich schwimme, wie gesagt, jetzt im Sommer auch und mache regelmäßig meine Übungen. Fünfmal die Woche, auch viermal die Woche oder manchmal auch jeden Tag eine Woche lang, je nachdem. Ich merke, ich brauche einfach den Ausgleich. Ich gehe dann erst aufs Trampolin und dann gibt es 20-30 Minuten Übungen, sodass ich auch schön mit Schwitzen komme. Und dann merke ich einfach auch immer wieder, dass mir diese eine Mahlzeit ausreicht. Ich führe diesen Sport auch immer durch, bevor ich esse. Ich esse erst so am frühen Abend bis Abend, esse ich diese eine Mahlzeit. Und vorher trinke ich grüne Säfte und das seht ihr auch hier in diesem Video. Und was ich auch das Schöne am Juni finde oder überhaupt am Sommer, Juni, Juli, August, September, dass man sich fast nur regional und saisonal ernähren kann. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich liebe diese regionale, saisonale Kost vor allem auch aus ökologischen Gründen. Ich möchte einfach dann den kürzesten Transportweg und auch frische meiner Nahrungsmittel, und das ist eigentlich nur bei regional und saisonal gegeben. Ihr seht jetzt hier in diesem Video, welche grünen Säfte ich am Tag trinke und aus welchen Lebensmitteln meine eine feste Mahlzeit am Tag besteht. Und bevor ihr das seht, nehme ich euch nochmal mit zur Ernte einer ganz besonderen regionalen Frucht, die jetzt im Juni wieder Einzug hält und die ich auch sehr, sehr liebe. Und ich zeige euch auch noch, welche Wildkräuter ich dort vor Ort gesammelt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir sind gerade bei Ernte Milch. Hier wird nachhaltiger ökologischer Landbau betrieben. Hier kann man selber Obst, Gemüse und Salate ernten, aber sich auch eine kleine Parzelle mieten und selber anbauen. Das hat zum Beispiel ein guter Freund von uns getan. Hier seht ihr den Joachim, der arbeitet gerade auf seiner kleinen Parzelle. Den haben wir jetzt ganz zufällig getroffen. Wir sammeln gerade hier unsere Erdbeeren. Ihr seht hier ein Erdbeerfeld. Und hier werden drei verschiedene Sorten angebaut. Die Senga Sengana wächst hier. Im mittleren Feld wächst Mieze Schindler. Und weiter hinten wächst eine dritte Sorte, deren Name ist mir jetzt entfallen. Ich habe bis jetzt auch nur hier vorne gesammelt. Ich werde mich dann noch nach weiter hinten begeben und dort auch noch etwas sammeln. Wir sind hier mit lieben Freunden. Die sammeln mit uns zusammen. Meine Jungs seht ihr auch. Und die sind immer ganz begeistert, hier Erdbeeren zu sammeln. Wir haben jetzt circa schon ein Kilo gesammelt. Und ich werde dann hier auf alle Fälle auch noch Wildkräuter sammeln. Hier auf diesem Grundstück verteilt gibt es einiges an Wildgrün. Schmeckt es euch schon, Jungs? Ja. Also ich habe mich noch zurückgehalten. Ich esse tatsächlich dann erst später, so in ein, zwei Stunden esse ich dann die Erdbeeren. Ich habe auch jetzt überhaupt keinen Hunger. Und ich esse ja meistens nur dann, wenn ich wirklich auch ein inneres Bedürfnis verspüre. Aber Jungs, lass mir noch was übrig, ja? Das ist auch deine. Genau. Das ist ungefähr ein Kilo in dieser größeren Box. Ah, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wir haben eine, genau, ich habe mir die größere Box gesammelt. Die Jungs haben sich jeweils eine Schirchen, ich glaube da passen 500 Gramm rein. Und ein Schirchen haben wir für unsere Mitbewohner, für den Henry, gesammelt. Ach, das ist für Henry. Deins ist das. Das ist für Henry, dann eins für Simon und ich freue mich auf diese Erdbeeren. Yum, yum. Du hast die meisten, das ist so meine. Ich habe auch mehr gesammelt. Ich will auch ausdauern. Du hast den schönen Abschluss vermisst. Hier mitten auf dem Feld wächst auch ein ganz bekanntes Wildgrün, das ist der Löwenzahn. Und hier gibt es prächtigen Spitzwegerich. Hier habe ich auch noch ein ganz feines Wildkraut gefunden, die Malve. Wenn man das so erkennen kann, sind ganz kleine Blätter. Und Malvenblüten. Werde ich jetzt auch ein paar Blätter sammeln. Und hier sind zwei Wildkräuter an einem Fleck. Und ihr seht vielleicht hier die gefiederten Blätter. Das ist Schafgarbe, ein sehr würziges Wildgrün. Und dazwischen wächst der Sauerampfer mit einem säuerlichen Geschmack. Da werde ich mir jetzt auch ein paar Plättchen sammeln. Hier wächst auch noch ein sehr schmackhaftes Wildkraut, eine schmackhafte Wildpflanze. Das ist die Melde. Die gibt es hier bei Erntemilch wirklich in Massen. Da werde ich mir dann auch noch ein paar Plättchen mitnehmen. Gegen Mittag nehme ich das erste Mal was zu mir. Was ihr hier seht, das sind Supplemente von VitaSomal. Da haben wir einmal Vitamin D, K2 und Magnesium rechts. Und links Vitamin C und Zink. Diese Supplemente liegen in liposomaler Form vor. Und das heißt, sie haben eine sehr hohe Bio-Verfügbarkeit. Und die Stoffe kommen genau dort an, wo sie gebraucht werden in den Zellen. Von VitaSomal gibt es noch mehr Supplemente. Zum Beispiel OPC, dann ein Vitaminkomplex und auch ein B-Vitaminkomplex. Wer sich dafür interessiert, ich setze euch den Link unten in die Infobox. Und ca. 30 Minuten, nachdem ich die Supplemente eingenommen habe, nehme ich das erste Mal etwas mehr Flüssigkeit zu mir. Entweder einfach 300, 400 Milliliter destilliertes Wasser. Ich betone nochmal ausdrücklich dampfdestilliertes Wasser, kein chemisch destilliertes Wasser. Wir haben hier in unserer Küche einen Dampfdestillierer stehen und bereiten uns regelmäßig sauberes Wasser zu. Manchmal rühre ich auch noch etwas Sango Meereskoralle in das Wasser für Kalzium und Magnesium. Und heute trinke ich aber ein selbst hergestelltes Getränk. Das ist Rejuvelac. Und das ist ein fermentiertes Getränk, welches ich selber aus Kamutsprossen herstelle. Das ist gut für die Verdauung, für den Darm. Während des Fermentationsprozesses werden vermehrt Milchsäurebakterien gebildet und die sind eben gut für die Verdauung. Ich werde zur Herstellung von Rejuvelac bestimmt auch nochmal ein Video machen in den nächsten Monaten. Ich weiß noch nicht genau wann. In meinem Sprossen-E-Book ist dieses Rezept auf alle Fälle schon enthalten. Zwischen 13 und 14 Uhr trinke ich meinen ersten grünen Saft. Dieser Saft besteht aus einem Bund Stangensellerie, einer Gurke und einer ordentlichen Portion selbstgezogenem Erbsengrünkraut und Sonnenblumenkerngrünkraut. So sieht das selbstgezogene Grünkraut aus. Das ist Sonnenblumenkerngrün, wird aus ungeschälten Sonnenblumenkern gezogen und mein liebstes Grünkraut Erbsengrün. Ich setze euch unten in die Infobox zwei Blogartikel von mir, da könnt ihr nachlesen, wie man dieses supergesunde Grünkraut in der eigenen Küche ziehen kann. Also diese beiden Grünkrautsorten habe ich kurz vor dem Entsaften frisch geerntet. Der Bund Stangensellerie war bei mir kürzlich in der Bio-Kiste und die Gurken kauft unser lieber Mitbewohner Henry auf dem Wochenmarkt. Also ein supergesunder, regionaler grüner Saft. Seit ein paar Monaten nutzen wir für unsere frisch gepressten Säfte den Angel Juicer. Dieser Entsafter besteht komplett aus Edelstahl. Er wird auch als Rolls Royce unter den Entsaftern bezeichnet. Ich muss zugeben, er hat einen stolzen Preis, aber es lohnt sich definitiv. Zum einen ist die Saftausbeute enorm. Ich habe jetzt in den letzten Jahren schon viele Entsafter getestet, aber bei keinem Entsafter war die Saftausbeute so hoch wie bei dem Angel Juicer. Und zum anderen ist der wirklich sehr, sehr gut für Wildkräuter geeignet, für selbstgezogene Gräser, für Grünkraut, für Sprossensäfte, generell für grüne Säfte. Ich hatte bei meinen letzten Entsaftern das Problem, wenn ich zum Beispiel selbstgezogenes Grünkraut oder grüne Gräser entsaften wollte, dann haben diese Entsafter ziemlich geknarrt und geächtzt und man musste am besten immer noch etwas Sellerie und Gurke dazugeben, damit der Entsafter das besser greifen kann. Und beim Angel Juicer ist das überhaupt kein Problem. Man kann Girsch entsaften, Brennnesseln entsaften, Wiesengras entsaften, selbstgezogene Kulturgräser entsaften. Er hat überhaupt keinerlei Probleme, grüne Kräuter, grüne Gräser, Grünkraut und Sprossen zu entsaften. Wenn ihr euch für diesen Entsafter interessiert, dann setze ich euch unten in die Infobox einen Link. Ich bereite gerade meinen liebsten grünen Saft vor und zwar einen Wildkräutersaft und dafür habe ich verschiedene Wildkräuter hier in Wasser mit Natron eingeweicht, um einfach die Wildkräuter zu säubern. Was ihr hier seht, ist zum Beispiel Ackerschachtelhalm, dann habe ich Brennnessel dabei, Giersch habe ich dabei, Waldziehst, Gundermann und eine große Portion Wiesengras. Die Wildkräuter lasse ich ca. 20 Minuten in dem Natronwasser einweichen. Aus den gezeigten Wildkräutern habe ich mir jetzt einen Saft gepresst. Das waren ca. 250 Milliliter reiner hochkonzentrierter grüner Saft und diesen Saft habe ich mit destilliertem Wasser aufgefüllt und jetzt trinke ich 1 Liter wilden grünen Saft. Dieser Saft hat es in sich. Er ist unglaublich gehaltvoll. Nicht unbedingt was den Energiewert anbelangt, aber bezüglich der Inhaltsstoffe. Er enthält viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme und natürlich ganz viel Chlorophyll. Und nach diesem Saft, wenn ich diesen Liter Saft getrunken habe, fühle ich mich unglaublich vitalisiert und sehr angenehm gesättigt. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Und beginnt Wildpflanzensäfte zu trinken, entsaftet Wildkräuter, entsaftet Wiesengras. Ihr werdet merken, wie sehr diese grünen Safte euer Leben, eure Gesundheit bereichern. Ich habe auch im April ein Video veröffentlicht zum Wiesengras. Wer es noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben rechts in den Infokarten. Gegen 17.30 Uhr esse ich die erste Mahlzeit für heute. Und das sind die selbst gesammelten Erdbeeren. Das ist ungefähr ein Kilo. Ich weiß noch nicht, ob ich alles schaffe. Ich fange jetzt einfach mal an zu essen. Ich habe tatsächlich alle Erdbeeren gegessen. Es war eine sehr, sehr leckere, sättigende Mono-Mahlzeit. Ich liebe Mono-Mahlzeiten, vor allem beim Obst. Einfach das Obst einzeln essen, ohne zu mischen mit anderen Lebensmitteln. Maximal noch mit Wildkräutern, aber die habe ich auf die spätere Mahlzeit verschoben. Ich werde jetzt noch 20 bis 30 Minuten warten. Und dann gibt es den zweiten Teil meiner Mahlzeit. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit am Tag. Da haben wir hier auf der linken Seite Gurkenstücke. Die Gurken habe ich geschält und mit verschiedenen Sprossen belegt. Da ist Rettich dabei, also Rettichsprossen und Senfgrünkraut. Dann gibt es dazu Harzfeuertomaten. Tomaten wie auch Gurken stammen von unserem Wochenmarkt von regionalen Bauern. Dann habe ich hier noch einen großen Teller mit selbstgezogenem Grünkraut. Da haben wir hier Sonnenblumenkenngrün. Daneben Erbsengrün, was ich auch sehr gerne entsafte. Und das ist eine Portion Wildgrün. Wildkräuter, die ich heute beim Ernten der Erdbeeren gesammelt habe. An Wildgrün ist das Löwenzahn, Schafgarbe, Sauerampfer, Melde und Spitzwegerich. Als Nachtisch gibt es für mich Chlorella Presslinge. Das müssten so 50, 60 Stück sein. Chlorella gibt es zwar nicht hier direkt aus der Region, aber zumindest aus Deutschland. Es gibt in Deutschland die Alkenfarm in Klötze. Die habe ich auch vor zwei Jahren besucht und mit dem Alkenfarmleiter ein Interview geführt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben in den Infokarten. Das ist meine Mahlzeit für heute. Die Erdbeeren dazu habt ihr ja schon gesehen. Ich lasse dann immer noch so 20, 30 Minuten Zeit, bevor ich dann den zweiten Teil der Mahlzeit esse. Auf der linken Seite seht ihr Gemüsefrüchte und Sprossen und rechts Wildkräuter und selbstgezogenes Grünkraut. Und zum Schluss gibt es Mikroalgen in Form von Chlorella. Seht, heute ist das fettfrei. Das heißt nicht, dass jede Mahlzeit so aussieht. Es gibt bei mir auch ab und zu Avocado oder das Fleisch von jungen Kokosnüssen oder angekeimte Sonnenblumenkerne. Manchmal bereite ich mir auch marinierte Pilze zu oder ein ganz, ganz köstliches Brokkoli-Gericht. Dazu gibt es definitiv hier im Sommer auch nochmal ein Video dazu. Das habe ich mir in den letzten Wochen auch sehr oft gemacht. Oder ich raspe mir einfach Gurke, dann kommen Sprossen dazu, getrocknete Tomaten, Avocado, ein bisschen Kalanamak. Da gibt es eine große Portion. Also die Mahlzeiten sind nicht immer gleich, obwohl ich sage, ich schätze schon sehr die einfache Kost. Und esse im Sommer auch ganz viel regionale Gemüsefrüchte wie Gurken und Tomaten und Wildgrün-Grünkraut. Also das, was ihr hier seht, esse ich wirklich auch regelmäßig und freue mich natürlich, dass ich jetzt auch viel regional essen kann. Ich habe noch fast was unterschlagen. Hier gibt es noch drei Lindenblätter. Ich habe noch drei Lindenblätter im Beutel gefunden. Das sind auch sehr schmackhafte Blätter und sättigen auch sehr gut. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, beziehungsweise auch Food Jories. Mich würde jetzt auch noch interessieren, wie viele Mahlzeiten esst ihr am Tag? Aus welchen Lebensmitteln bestehen diese Mahlzeiten? Was haltet ihr von dieser provokanten Theorie? Wir fressen uns zu Tode. Wir essen eigentlich viel zu viel. Wir Menschen könnt mit viel weniger Nahrung auskommen. Bevorzugt ihr auch gerade regionale, saisonale Kost? Lasst es mich gern wissen. Ich freue mich über Regenaustausch. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bis bald. Eure Silke.